Hey, Internet und YouTube. Zurück in der Trübhöhlenkuft. Ich... denke ich nehm... What is this? Ja, das sieht nett aus. Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen. Ein Dummkopf, so wie all die anderen. Ha, ich bin mit der Frau da. Doch Jeron und Bresod waren ihm nicht gewachsen. Ha. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Psst. Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter? Ich wünschte, Lokil würde sich beeilen. Am liebsten würde ich zurück zur Burg reisen und Harkon sagen, was für einen Idioten er mit dieser Mission beauftragt hat. Und ich würde am liebsten Lokil von eurer Untreue erzählen. Das würdet ihr nicht wagen. Und jetzt seid still und haltet die Augen auf. Hm, eine untreue Vampirbrau. Was ist denn das hier? Ein blöder Köter. Hör ab hier zu... Mit Magie. Du verdammt. Nope, Vampir. Vampirrüstung? Ist ja völlig für den... Popö. Popö. Vampirmeister... Was? Vampirmeister? Hat sich ausgemeistert. Vampirrüstung der geringen Beschwörung. Hau ab damit! Tja, das war's. Warte mal, war hier jetzt ein Durchgang? Hier ist auch ein Durchgang. Zu viele Durchgänge. Okay, der ist... Okay. Hat sich erled... Hat sich erledigt. Da drüben war ein Schalter. Was? Ich hab nichts verstanden. Hallo? Noch irgendwo... Ein paar großkotzige... Da drüben muss tatsächlich ein Schalter gewesen sein. Da... Ah... 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 Da, hier! Yes! Hahaha! No... Wow! Die Zähne gewetzter und hinterher! Welcher Film? Welcher Film? Welcher Film? So, jetzt... Geh ich nach rechts. W-w-w-w-w-w-stopp! Hier war doch gerade irgendein... Fuck, Leute, komm! Geh mir aus den Augen, getrollt vom Fuck, Leute! Oh, yes! Ist die Heilung noch so klein? Ich nehm sie mir, es ist dann mein. Hallo? Wow! Hallo? Ja! Du hast dich geirrt, meine Gute! Bei dir gibt's aber kein Blut mehr zu besaugen, was? Bist du noch ein... Hey! Du musst zum Henkes! Wunderschöne Höhlenmalerei hier! Es gibt so viele Vampirfrauen und so wenig Männer, das ist... Haha! ...der Verteilung der Spezies. Was beschützt du hier? Du bist ja bekloppt. Auf jede Vampirfrau kommt... Auf drei Vampirfrauen... Ein Vampirman? Also der erste Vampir muss ein Mann gewesen sein, natürlich. Deswegen gibt es mehr Vampirfrauen als Männer. Logischerweise. Ein Vampirman würde kein... Keinen Mann... ...denn Hals... ...die Spezies... ...das... ...also... ...jetzt... ...ahm... ...hallo? Das ist eine... ...queme... ...Pose. Moment, hier könnte ich was verzaubern. So wie ich es schon... ...ja, ich bin hier. Ach... Brauchst du Hilfe? ...Pirscher? Mach ihn zuerst fertig. Wow! Okay, ich mach was anderes dabei. Hier zum Beispiel... ...die... ...habt ihr's? Okay. Zehn Gold... ...auf den Vampir. Ich gehöre... ...fünf... ...kann euer Blut riechen. Das ist aber schon alt. Ich hab viel bessere. A, B... ...positiv? Hi. Hör auf damit, jetzt! Das ist aber genug. Drei Gold. Drei. Ich nehm nur noch das Gold. Wo ist die Kette? Hier. Wow, wow, wow. Was steht denn hier im Weg? Ja, du wirst mir gut. Ein guter Schuss. Ja, hast du gut. Hier geht's gar nicht weiter. Das war ja völlig für den Pops. Hast du gut geschossen? Direkt zwischen die Augen. Wo bin ich jetzt? Wo kam ich... Kam ich nicht hier rein? Oh, mein Gott. Kam ich hier runter? Ich kam hier runter. Oh, man. I have to think about this. Schatz! Yes! Meister! Okay. Okay. Konzentration. Ich... Ich hab nicht mal Konzentration ausgesprochen, ist es schon. Ey, komm, mach mir jetzt keinen... Die Leute würden doch glauben, ich könnte das noch immer nicht. Okay, warte. Meister. Vielleicht will ich diesen Schatz gar nicht. Ey, ich muss nämlich schnell... Ich schneide das wieder raus. Und dann sage ich, da war eine Bildstörung oder eine Ton... Eine Tonstörung ist... Eine Tonstörung ist besser. Jetzt muss ich das mit der Tonstörung aber auch noch rausschneiden. Weil sonst... Wäre das komisch. Oh, mein Gott. Ich hab nirgends... Äh, 5... Oh, Jesus Christ! 5! Da! Ist das hier der... Pool der Vampire? Hallo? Das war ihm vorbeigehen! Hast du das gesehen? Oh, mein Gott! Wer... Hör auf damit! Seit wann können Vampire sowas? Oh, das ist nicht geil. Was ist? Meine Energie! Meine Energie! Uh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Äh, das sieht nicht gesund aus. Okay. Lass uns hier mal kurz... Plan C überlegen. Ah, ich hab ja die kleine Heilung hab ich. Nein, jetzt nicht gerade. Komm, Frauen-Catch, komm, geh voran. Geh voran. Oh, was willst du mit deinem roten Licht machen, mit deiner roten Hand? Buh. Können wir darüber reden? Ich seh dich. Ich mag deine roten Augen. Ich weiß, du bist eigentlich ganz eine Liebe. Hallo? Sieht man gut damit im Dunkeln? Sag's mir jetzt. Sag mir jetzt, wie gut du damit siehst. Okay. Haha, tschüss. Haha, tschüss. Oh. Also diese... Au, was? Hör auf damit. Wer beißt hier von hinten? Ach, sorry. Ja, es tut mir leid. Hinter dir ist ein Hund. Das ist dein Hund. Nicht dein Bruder. Außerdem, Bruder. Wir sind verheiratet. Da hat jemand wohl was Wichtiges vergessen hier. Aela. Ich bin nicht dein Bruder? Das ist krank. Aela, das ist krank, dass du an deinen Bruder denkst. Aber ich hab mir das schon nicht mehr so gedacht. Ach, gib her. Schatz. Sag nicht, Meister. Einfach nur Ruhe reicht mir. Danke. Der ewigen Heilung. Yes. I feel good. Dun, dun, dun. Hallo. Fokuhila. Meister Vampir. Wow, was machst du hier? Blue Light Shadow. Okay, ich betret' dich mal den Hebel hier. Damit wir besser zusehen. Du hast ihn verzaubert! Verdammte! Meine Energie! Meine Energie! Zurückzug! Rückzug! Oh Gott! Der zieht mir den ganzen Lebenssaft raus. Wo hab ich... Okay. Ist da jemand? Ja. Ich wusste... Da seid ihr ja. Ja, hallo. Willkommen. Schlecht? Noch nie so viel Mann auf einmal gesehen? Komm her! 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 Leila! Neue Strategie! F5! Zuerst, Mag! Und dann... Fokuhila! Meister Vampir! Wow! Mein Herz! Oh, Jesus! Was ist es? Geh mir aus dem Weg! Ich hab mich erschreckt! Hier steckt was aus der Nase! Boah, ja, ja, Jesus! Drei! Vampir Stopp! Nein! Noch immer nicht! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Mal 5! Okay! Puh! 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 Warum tue ich mir das an mit diesem popelligen 5 Gold? Ich bin so gierig! Okay, einmal Heilung hab ich nicht vergessen! Etwas Ausdauer! Nicht vergessen! Noch einmal ewige Heilung! Okay, okay, okay! Ich bin sowas von bereit! Ich bin sowas von bereit! Bevor du den verzauberst, komm her! Überraschung von hinten! Hast du dich geheilt gerade? Schau! Keif ihn an! Keif ihn an! Töte dich! Yes! Das ist aber easy! Fuck oh Hila! Ein paar Stiefel, das ist ein Stahlschwert! Ich hab ihn einfach überrascht! Okay, das war die Strategie! Wieso, der ist nur verwundet? So hast du es schon wieder gesagt! Dämmerhöhlenkaverne! I got a good feeling! Okay, ich weiß da! Wir sagen einfach niemandem, dass wir verarbeitet! Loading Screen of the... Bin ich auch nem... Ich glaube euch, Wächter! Und ich glaube nicht, dass ihr wisst, was ihr hier entdeckt habt! Also geht zu eurem geliebten Stender! Seid ihr sicher, dass das eine weise Entscheidung war, Lokiel? Er hätte uns vielleicht noch etwas sagen können! Wir selbst sind noch keinen einzigen Schritt weiter... Er wusste nichts! Er hat seinen Zweck erfüllt, indem er uns hierher geführt hat! Nun liegt es an uns, Harkon den Preis zu bringen! Und wir werden nicht mit leeren Händen zurückkehren! Vingalmo und Ortjolf werden vor mir niederfallen! Ja, natürlich, Lokiel! Vergesst nicht, wer euch von der Entdeckung der Wächter erzählt hat! Ich vergesse niemals, wer meine Freunde... Schhhh! ...oder meine Feinde! Das kann man sagen, sowas sieht man nicht alle Tage! Das wäre komischig! Moment! Ach, das ist ein Teppich! Oh, hier ist ein Schalter! Ich muss es tun! Man muss vielleicht nicht jeden Hebel drücken, den man sieht! Okay, hier drüben ist ein Kampf, oder? Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder! Danke fürs Zusehen! Herr 5, danke! Und macht's gut! Tschüss! Tschüss!